Jetzt schauen wir mal in das Greencamp rein, ob das Greencamp auch das hält, was es verspricht und vor allem, ob die Vorschriften für das Greencamp auch von den Gästen eingehalten werden. Warum genau seid ihr auf dem Greencamp? Wir waren die letzten Jahre auch öfter mal hier und ich fand es schon ganz gut, dass das Glasverbot so eingehalten wird. Aber trotzdem ist es teilweise noch so auf den normalen Gebieten, dass man rumläuft und dann ist irgendwann ein riesiges Feld mit zertretenen Dosen oder anderer Müll, der da rumliegt und zum einen stinkt es irgendwann, zum anderen sieht es nicht schön aus. Warum seid ihr auf dem Greencamp? Weil wir keine Lust auf irgendwelche Asinachkorn mit Bergen von Müll hatten. Jawohl! Und die habt ihr hier definitiv nicht? Ne, bis jetzt noch nicht. Ja. 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 Das Nachtruhe-Ding hier ist ganz cool, dass man nicht morgens um halb sechs irgendwie von Blümchen geweckt wird, sondern hier keine Kompressoren und dann einigermaßen bequem ausschlafen. Kommt ihr nächstes Jahr wieder aufs Greencamping? Auf jeden Fall. Seid ihr das erste Mal am Greencamping? Ja, ist ja auch das erste, zweite Mal, dass es das gibt. Und ihr seid zufrieden? Ja, doch. Nutzt ihr das nächstes Jahr wieder? Ja, ich denke schon. Gut. Jetzt habe ich mich persönlich davon überzeugt, wie das Greencamping ausschaut. Und die Leute sind echt sauber. Der Platz ist sauber. Der Müll wird strikt getrennt, so wie es sich gehört am Greencamping. Der Weg ist zwar ein bisschen weiter, aber da haben die Leute kein Problem damit. Denn immerhin ist es ruhig und man hat keine nervigen Nachbarn. Mir gefällt es da. Das Greencamp ist offiziell Ziffler geprüft.